So, dann machen wir doch mal weiter mit dem Marineford Arc schon wieder, nur dass wir dieses mal nicht mit Lysup spielen werden. Nicht noch einmal. Wir probieren es mal mit Sanji, da wird es hoffentlich besser laufen. Wenn ihr euch, ja das haben wir ja schon gesehen. Wenn ihr euch wundert beim letzten mal warum es so abrupt abgebrochen hat. Ich habe es ja mit Lysup nicht so ganz geschafft diese ganzen Missionen fertig zu machen, deswegen waren sehr 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 viele Gegner auf einem Flecken. Unter anderem mehrere Pazifistas, Sentomaru und Kizaru und irgendwie glaube ich hat man rechnet das nicht ganz so mitgepackt. Auf jeden Fall ist auf einmal komplett OBS und alles abgestürzt. Naja gut. Hoffen wir mal, dass wir sie jetzt mit Sanji besser machen werden. Ja 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 ist ja gut jetzt. Ja 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 ja. So habe ich denn noch irgendeine andere. Nö, ich habe eh nur die vier. Die lassen wir auch. Mehr Leben ist immer gut. Das ist auch gut. Das machen wir auch hoch. Und dann holen wir noch ein bisschen mehr Angriffskraft. Wir wollen ordentlich drauf batzen. So und dann noch ein bisschen Verteidigung und dann nehmen wir das hier auch noch mit. Und dann haben wir hier alles und hier können wir jetzt noch ein bisschen Verteidigung hochsetzen. Und das war's. So müssen wir jetzt eigentlich gut vorbereitet sein. Hoffe ich zumindest mal. Ja, das kennen wir ja alle schon. Haben wir ja letztes Mal schon gesehen. So. Wow. Schon wieder Krieg auf die Fresse. Ich glaube es mir nicht. So. Vorne ist noch einer. Den nehmen wir uns auch noch mit. Und da hätten wir noch einen. Dann, dann. Dann. Da ist immer noch einer. Ich glaube es ja nicht. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Spiel in den nächsten drei Tagen durchspielen, weil am 10. kommt Final Fantasy VII das Remake offiziell raus. Und das möchte ich auf alle Fälle spielen. Komme was wolle. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht werden wir heute sogar zwei Arcs durchziehen. Je nachdem, ob wir hier jetzt vorankommen oder nicht. So, die weinen alle, die haben wir erobert. Dann gehen wir mal hoch zum Sabori Park. Los geht's. Äh, falsche Richtung. So, Ruffy. Ich bin schneller wie du. Haha. Weg mit euch. Ich lasse mich bestimmt nicht von Ruffy beholen. Nein. Nein, 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 nein. So, wen haben wir denn hier? Uh, wow. Oh, wow. So, dann gucken wir mal, ob wir den weghauen können. Bambam, bambam, bambam. Woooo, rampage. Oh, Alter. Wow. So, jetzt hat er keinen Schild mehr. Und. Jetzt hauen wir ihn mal richtig weg. Nein, er hat wieder sein... Ach, Sumo-Move. Okay, den haben wir platt gemacht. Hier vorne ist eine Kiste. Dann sammelplatz zu erreichen. Okay, das machen wir. Und zwar im Galopp in Schnelldurchlauf. Doch, ich war doch richtig. Ach nein, da müssen die alle hin. Fuck. Na, ich komme. Ja, 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 ja. Wir wissen, was du kannst. Haben wir schon gelernt. Das ist ein ganz toller Hecht. Daaam. 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 So, den haben wir platt gemacht, oder? Hast du platt, oder hast du nicht platt? Hä? Ich hab ihn doch besiegt. Okay. Dann jetzt mal ab nach oben. Weg mit euch. Das ist wie beim Football. So, dann helfen wir mal Drake. Okay, nahm mich schon mal auf dem Sammelplatz. Das ist schon mal gut. So, der ist auch besiegt. Ich glaube, weiter unten müssen wir jetzt noch Kit helfen, damit er nachher diese Barrikaden aufbaut. Damit er nicht ganz so viele Gegner kommen. Ja, Franky, du kommst schon erstmal alleine klar. Oh nein, das ist gar nicht Kit. Ach, das ist Capone. Okay, dann helfen wir halt jetzt erstmal Capone. Das ist auch okay. Da, 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 da. So, den haben wir erledigt. Aber mit Sanji läuft es ja gleich so viel entspannter. Ich sag's ja, Lysop ist einfach der beschissenste Charakter, den es da gibt. Och. Oh. So, dann, ach, natürlich immer in der entgegengesetzten Richtung, ey. Oh, Mann. Lass mich auf dir reiten. Nja. Na, dann halt nicht. Hä? Ach, come on. Ah. Ja, Drake haut einfach ab. Ist klar. So, dann, bam. So, der ist schon mal erledigt Wo haben wir noch wen? Ist das irgendwo eine Schatztruhe? Was ist denn da unten? Da unten ist auch noch irgendwer oder irgendwas Wir brauchen so viel Unterstützung, wie es nur geht Oh shit, das ist Kizaru, ich hau ab Dre kannst dich alleine darum kümmern Zorro und Kitz sind auch da Und bam Und bam So, den haben wir erledigt Auf zum nächsten Wie viele von diesen Scheiß-Pazifisten gibt es eigentlich? Globshead Ja, mit Lysop ist gleich Ich hau ab Das soll der alleine klären Ich habe so einen Hass auf diesen Charakter mittlerweile Ja, warum muss ich jetzt eigentlich alleine gegen den kämpfen? Lysop mach auch mal was Wow, 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 wow Ein bisschen versteckt Komm ab in den Abgrund mit dir Du bist aus Metall, du kannst bestimmt gut schwimmen So, dann ist der auch platt Dann haben wir hier oben noch einen Hey, lass Chopper in Ruhe Au, 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 au Verkehr Ah shit Oh man Der eine fickt mich jetzt aber hier richtig ab Wow Ja, ist klar Bum Au, au, au Baller Oh, oh Das war eine scheiß Idee Oder? Ne, doch nicht War eine gute Idee Uh Was willst du jetzt eigentlich hier? Meine Fresse Ich glaube da Oh, oh Jetzt geht's wieder rund Halt Falsche Richtung Falsche Richtung Platsch Na, da hab ich sie gegeben Hier ist die Brücke So, ich hoffe Ich finde jetzt auf dem Weg noch eine Schatzkiste Um mich ein bisschen zu heilen Vorne war doch eigentlich irgendwo eine Dich nehme ich noch mit Irgendwo hier war eine Schatzkiste Aber wo Wo Oh Da Hä Da Da Bam Yes Okay, los geht's Jetzt machen wir uns aber platt So, zuerst kümmern wir uns mal hier um den Bären Oh, oh In welche Richtung schieße ich? Falsche Richtung Na, klar Okay 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 Boah, voll in die Kniekehle. So, der ist schon mal raus. Dann jetzt noch Sintomaru. Uuh, nicht Chopper. Oh Mann. Uuh. Ja, gut, dass Hawkins Problem hat, wenn der Kisaru kämpft. Wer hätte es erwartet? Lappen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Alter Ja man Kommt wenigstens nicht ganz so viele von denen Ja 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 Huch, bin ich fast dort? Huch, huch, huch. 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 Jetzt kommt er doch zu mir. Oh, was zum heilen, zum heilen, zum heilen, zum heilen. Oh, was zum heilen. Oh, was zum heilen, zum heilen. Das war's für heute. na toll wird wohl nix oh man habt ihr nicht noch irgendwie was super ich bin nichts mehr zum heilen das ist echt behindert hmm das ist jetzt nicht ganz so geil muss ich sagen laufen wir noch schnell ein bisschen durch die map und gucken mal ob wir irgendwo was finden jaja ich bin Barry jetzt weißt du hier auch irgendwo eine kiste wow sieht jetzt nicht ganz so gut für uns aus das wird ein bisschen blöd gut 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 vielleicht Gut, ich habe Drake gerettet, das war aber gar nicht der Plan. Kiste! Kiste mit Gold! Ja gut. Ja man, wieder ein bisschen Leben. Das restliche Leben kriegen wir jetzt auch noch voll. Das ist so ein bisschen Gefahr. Oh ja. So, so arg viel von der Map haben wir ja nicht mehr zum Absuchen. So. 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 Und dann halt nochmal.